Wir spielen weiter mit dieser Kampagne-Mission von YM4DK Battle Sektor. Willkommen Preview, live Let's Play auf Deutsch, nachher auf YouTube. Wir wollen noch ein paar von diesen fiesen, fiesen Monstern fix und fertig machen und diese Mission noch zu Ende spielen. Am 11. Mai zeichnen das auf. Preview-Version, Fertig-Version auf Deutsch, wisst ihr alle schon. Auf geht's weiter. In dieser Runde haben wir, glaube ich, noch nicht alles gemacht. Wir hatten gerade einen runden Wechsel. Die sind hier gerade vorgezogen. Die wollen wir gleich auch noch fertig machen. Wir versuchen erstmal, wie viele gibt es hiervon noch? Nicht mehr allzu viele. Vielleicht kriegen wir die aus der Entfernung geknackt, sodass die, die vorne stehen, dann nochmal automatisches Feuer machen können. Das ist ein Intercessor, das ist ein Intercessor. Wie viele bleiben hier übrig? Nicht allzu viele. Dann setzen wir erstmal die hier ein. Feuer frei. Dreier Entfernung brauchen wir für einen optimalen Kampf. Das heißt, der zieht einmal, zweimal, dreimal, einmal zurück hier hin. Ich versuche mal ein bisschen schneller zu spielen. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen eingegroovt jetzt. Feuer frei. Optimale Distanz. Ja, da bleiben nicht wirklich viele übrig. Das haben wir gut gemacht. Der kann hier stehen bleiben. Dann haben wir den Bruder hier, der all diese schönen Dinge noch einsammelt. Der läuft gleich nach vorne. Das ist noch ein Intercessor. Dritter. Der kann aus der Entfernung ballern, mit optimaler Reichweite. Feuer frei. Schau nach vorne, Herr Haze-Brüder. Wow. Da soll nochmal jemand sagen, Interessoren wären für die nicht geeignet. Mit denen bleiben wir hier einfach stehen. Die ziehen gleich auf uns zu. Die haben vier Bewegungspunkte. Einmal, zweimal, dreimal, vier. Die bleiben direkt vor uns stehen. Es kann sogar sein, das ist genial. Wenn wir automatisches Feuer machen und die so schwer verletzen, dass die richtig an Trefferpunkten verlieren, werden die verlieren die auch in Bewegungspunkte. Das ist eine Regel hier im Spiel. Die haben genau vier Bewegungspunkte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das heißt, wir müssen nur die, wenn wir die verletzen, können die nicht bis uns durchziehen. Mit dem Sturmtrupp ziehen wir hier eine Bewegungspunkte. Dann gehen wir auf Aufsehertum hier drauf. Da verlieren wir natürlich keinen roten Durst, bekommen wir dadurch, das ist klar. Aufsehertum, tun wir hier hin. Das ist auch die kurze Entfernung. Aufsehertum hier hin. So, das haben wir gemacht. Dann haben wir hier die beiden Kollegen noch. Der hat noch einen Aktionspunkt. Der kann auch auf Dreierentfernung hier drauf feuern. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Teilen wir ihm noch. Er bewegt sich runter. Der soll da unten helfen. Der zieht mal hier hin. Und geht auch mal auf Aufsehertum. Ach, das nutzt sich nicht. Dann geht er noch eins hier hin und bleibt so stehen. Ich gehe auch noch ein bisschen auf unseren Kommandanten, haben wir jetzt mit allen gezogen. Er hat noch zwei Aktionspunkte. Wir können den ja schon mal entgegenziehen. Hier können wir wahrscheinlich auch weit gucken. Wenn irgendwo ein Feind zu sehen ist. Scheint nicht der Fall zu sein. Sieht doch gut aus. Niemand zu sehen, weit und breit. Der bleibt dir da oben bitte stehen. Und eine Runde weiter. Die verlieren einen Kampfesrausch, weil die im Overwatch-Modus waren. Da verlieren die zehn Punkte roter Luchs. Die laufen, die bekommen kritische Treffer und haben so massiven Schaden, dass sie noch nicht mal durchziehen können. Die scheinen diese grünen Sporenumgebung immer zu machen. Ohne Cooldown. Jetzt ist es ein bisschen doof. Wir sind ein Stück von uns entfernt. Wenn wir hier draufziehen, dann haben wir mehr Schaden. Allerdings bekommen wir den Schaden nur dann, wenn wir auch verletzt werden. Wenn wir nicht verletzt werden, dann leiden wir auch keinen Schaden. Insofern kann man das ruhig durchziehen, finde ich. Das ist nicht schlimm. Wir haben erstmal die optimale Reichweite für den Inzessor-Angriff. Das ist ein Dreierangriff. Das ist nicht hier vorne. Das heißt, wir müssen mit denen noch ein bisschen weiter vorziehen. Kettenschwert, können wir einen Sturmangriff machen? Nein. Ziehen einmal hierhin. Hallo? Einmal hierhin. Kann er sich nicht bewegen? Doch. Hm. Was ist denn jetzt los? Das klappt nicht. Nicht genug Bewegungspunkte. Der hat sich noch nicht bezogen. Hat er irgendeinen negativen Statuseffekt? Verklicke ich mich gerade? Er hat noch vier Bewegungspunkte. Er kann hierhin ziehen. Das sind die Giftschwaden. Man kann da mal reinziehen. Warum geht das denn nicht? Jetzt geht's plötzlich doch. Auf der Weg. Hier steht der Innenschwaden drin. Fies aber geht. Er wird nicht. Die Frage ist, ob er zurückkämpft, wenn er mit dem Kettenschwert angegriffen wird. Das weiß ich nicht auswendig. Ich würde die gerne erstmal so weder schaden, wie die Bolchpistole hat. Panzerlusschlagen 1. Das Kettenschwert 5. Wir nehmen das Kettenschwert. Wir nehmen das Kettenschwert. Was hat der für einen Panzerwert hier nochmal? Panzerwert 3. Vor allem verklebt. Jetzt hat er doch gefeuert. Also, dann befinden wir jetzt mit ihm hier. Mit den Aggressoren. Bereit für die Schmerzen. Der ist oben. Das ist der Bruder Arturo und er zieht hier hin. Der zieht einmal einen Aktionspunkt hier ab. Sichert das. Es müssen wir nur einen sichern, dann haben wir die Mission erfolgreich beendet. Die sind noch sehr fit. Einmal hier hin, bitte. Ekelhaft. Ziehen wir einmal mit der Panzerlusschlagen 8 hier drauf. Wie oft kämpft er damit an? Wie oft macht er das? Einmal nur, ne? Einmal? Trefft wahrscheinlich, nee, dreimal. Dreimal? Ja, komm, das ist optimal. Die Panzerlusschläge der Imperium. Woher Panzerlusschlag hätten wir eben schon machen sollen. Ja, und die machen bei Nahkampfgeschichten gegen Attacken. Das machen die halt bei den Boltpistolen nicht. Bei der Boltsturmfaust. Und setzen sie sich mit Nahkampf zur Wehr. Hierbei nicht. Ähm... Müssen wir mal einen Moment nachdenken. Der Granatwörfer tut's wieder. Das ist die Rettung. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal. Einmal hier hin. Ein Intercessor für den Dreierangriff. Viermal, zweimal, zweimal, dreimal. Das ist der mit dem Granatwörferangriff. Öffn, Feuer! Ja, tut's ja doch zauberhaft. Dann haben wir hier vorne. Intercessor für den Dreierangriff. Eins weiter nach vorne. Einmal, zweimal, dreimal. Eins weiter nach vorne, bitte. Nimm das hier, Monster! Ja, sehr schön. Sehr fein. Klasse. Jetzt müssen wir nur noch mit dem Bruder hier links das Zeug einsammeln. Dann können wir oben oder unten rumrennen. Eigentlich Schnuppern. Er kann noch was... Er muss noch ziehen. Also wenn wir mit ihm hier unten sind, dann laufen wir hier auch durch. Das geht vermutlich am schnellsten. Auch... Auch beides geht schnell. Kommen halt hin und wieder neue Leute. Von oben kann man besser runterfeuern. Ich glaube, wir ziehen wieder runter. Ich bin bereit, um zu helfen. Und er kann heilen. Wen heilen wir? Reichweite von... Er kann noch etwas ziehen und kann eine Einheit heilen noch. Wer braucht dringend Heilung? Die brauchen Heilung und die brauchen Heilung und die brauchen Heilung. Heilen wir die Nachbarn. Die sind direkt daneben. Einmal heilen, bitte. Ja, schön. Ja, schön. Fit. Da muss man nur ein Pflaster draufkleben. Den ging es eigentlich ganz gut. Ja. Ja, und diese Runde nicht. Eine... Das machen wir von oben. Von oben hier runter, bitte. Gucken, ob noch jemand kommt. Sicher ist sicher. Und für den Fall der Fälle. Aufsehertum, bitte. Overwatch. Ja, vergiftet. Vergiftet ist so ein hässliches Wort. Da spotten schon wieder neue. Irgendwo im Falk of War. Die wollen nur spielen. So wie wir. Die sind ganz hartlos. Die kriegen wir klein. Das schaffen wir. Mit dem Bruder Arturo ziehen wir gleich vor. Aber wieder ein Fernkämpfer. Ein Granatwerfer. Ja. Vierer Reichweite. Giftschwaden. Ich würde gerne aus dem Giftschwaden rausziehen. Hier sind Giftschwaden hier nicht. Einmal hier hin, bitte. Einmal hier rein und Feuer frei, bitte. Nehmt das! Sehr schön. Sind fast tot. Noch nicht ganz, noch fast. Mit ihm hier. Ziehen wir mal hier hin. Oh, das sind ja noch weitere. Autsch. Was haben die für Waffen? Die soll natürlich unseren Bruder nicht töten. Die soll natürlich unseren Bruder nicht töten. Immerhin hat er Rüstung. Einmal heilen, bitte. Ein Aktionspunkt hat er noch. Ich gehe hier rüber und gucken. Dann haben wir hier noch einen Sturmtrupp. Mit Kettenschwert runter. Das sind die Interzessoren mit Dreier Reichweite. Wir würden aber in Giftschwaden reinziehen. Ziehen wir mal aus dem Giftschwaden raus und hier hin. Mit dem Sturmtrupp ziehen wir einfach nur mit dem Sprungmodul nicht daneben. Da kommt er. Und schnappen wir uns jetzt mit der Boltpistole, bitte. Oder mit dem Kettenschwert. Ach, Boltpistole. Nein, zu spät. Schon wieder bald geflogen. Ja, hat ja auch so geklappt. Da entstand Schnitzel, aber keins, das ich gerne essen würde. Eine Legungspunkte bleibt übrig. Wir stellen es einfach hier so hin. Ja. So. Die können noch ziehen. Aber wir wollen nicht in das grüne Zeug rein. Einmal hier, bitte. Ich bin bereit, zu helfen. Die können gleich noch feuern. Und er auch, bitte. Gucken, was denn so alles sehen von hier unten. Von dort oben aus. Und ihn bitte auch. Alles gut. Alles gut. Was ist das hier? Was ist das hier? Taktische Präzision. Keine Einheiten verbessern. Noch kein einziges Mal eingesetzt. Keinlich. Schnell den Spielzug beenden. Bevor wir uns beginnen zu schämen. Noch einer. Das kitzelt nur. Das sind keine Schmerzen. Das kitzelt. Das ist ein bisschen grob gekitzelt. Da fließt ein bisschen Blut, aber... Das ist alles nicht so schlimm. Mit dem Bruder laufen wir durch. Mit ihm. Gehen wir noch ein bisschen gucken, ob die Sicht wirklich frei ist. Wir müssen noch einmal was sammeln hier. Mal hier gucken. Alles gut. Er kann auch noch einmal heilen. Wenn das nötig sein sollte. Das ist ein Sturmtrupp. Einer Reichweite. Kettenschwert. Das sind die Interzessoren. Dreier Reichweite. Interzessor. Dreier Reichweite. Feuer frei. Optimale Reichweite. Die Zenos-Warm. Ja, da bleibt nicht viel übrig. Noch mal ein Interzessor. Jetzt nehmen wir uns den hinteren. Weil die Paar, die tun nicht mehr wirklich weh. Klasse. Hier leben nur noch zwei. Da leben nur noch zwei. Der Rest können wir auch mit anderen killen. Das sind die Aggressoren. Ist von denen einer verwundet? Ne, ne? Diesen Bissen verwundet. Dann ziehen wir mit denen. Ziehen wir vor. Ähm, hier unten lang. Mit ihm ziehen wir neben den Kollegen hier. Dann kann er nämlich noch einmal heilen. Sicher ist sicher. Dann zieht er sogar dadurch mehr Kampfesrausch. Was macht er denn jetzt hier? Zieht ein Feld vor. Der soll eigentlich ein paar mehr ziehen. Warum kann er nur in einer? Warum kann er immer nur einen ziehen? Ich will dich ja vornehmen. Nein, geht ja doch. Mit ein bisschen Geduld. Geht ja doch. Dann haben wir hier noch ihn hier. Der Interzessor. Bitte einmal Schutz vor allem, was böse ist und kommen könnte. Der hat auch noch seine Aktionspunkte. Mit Haste. Ja, vorne runter. Ach, das ist Quatsch. Das ist alles nicht. Ähm. Ihr ordentlich. Ein Aggressor noch. Der bleibt da oben stehen. Der kann nämlich nächste Runde wieder eine Granatwerfer einsetzen. Er zieh ihn einfach. So, und das war's. Ich bin der Säure des Sanguinius. Der bleibt da stehen. Ihr könnt da einmal noch mit der Faust ballen. Ja, eine Runde weiter. Nein. Wir nicht. Weg da. Weg. Ab ins Korbchen. Nee, nee, nee. Komm, das muss nicht sein. Das ist nicht cool. Wir wollten eigentlich schon nach Hause gehen. Da kommen aber welche. Weg da. Weg da, ihr kleinen Biest da. Hatten wir irgendwo ein Nest? Oh, nicht flankieren. Oh, nicht von hinten. Das ist doch unsportlich. Aua. Nein, nein, nein. Oh, Gottes Willen. Ich bin bereit, zu helfen. Natürlich. Je früher wir die Aktion zu Ende führen, wahrscheinlich müssen wir umso weniger noch umbringen, die auf der Karte sind. Ganz schnell hier oben hin. Ganz schnell dorthin. Ganz, 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 ganz schnell. Kusch, kusch. So, hier einmal drauf. Er hat noch zwei Aktionspunkte. Einen Aktionspunkt zum Verlängern der Bewegungsreichlinie. Einer wird übrig. Letzter Aktionspunkt und... Das ist der letzte der Protonauts, die ich hier herzuhalten kann. Deine Unterstützung hat sich bemerkt, Sergeant. Soll er bei das Gebiet von allen Tyrannien mit vier verbleiben? Naja, das schaffen wir schon. So, einmal dreimal vier. Wo ist denn der vierte? Da unten auch noch einer. Das ist, glaube ich, ein Nahkämpfer-Trupp, der weit weg ist. Der ist egal. Das ist Nahkämpfer und ein Stück weit weg. Das ist egal. Der ist ganz fies und der steht dummerweise neben uns. Wir hatten noch einen Granatwerfer. Das war der hier. Der hier, der kann doch mit einem Aktionspunkt Distanzpräzision erhöhen. Der gibt mal einen Aktionspunkt für die hier. Also, dass die besser kämpfen können. Und schicken wir die runter. Dreier Entfernung. Einmal, zweimal, dreimal. Bis. Ich bin sehr gespannt. Da ist noch einer. Da ist ja noch einer. Jetzt haben wir sogar fünf. Das gibt es ja klar. In dem Augenblick war den Volk auch hoher lüftend, tauchen noch mehr Einheiten auf. Und das Ziel vergrößert sich. Plötzlich müssen wir fünf töten. Nehmen wir mal einen umgebracht. Da waren nur noch drei da. Jetzt decken wir jetzt zwei weitere auf. Jetzt sind es fünf. Das heißt, wenn wir da stehen bleiben würden, wäre das Spiel irgendwann beendet. Und so decken wir in allen Ecken der Kart noch neue Leute. Also komm. Das ist ja Fusch. Das ist ja Link. Ich fühle mich veräppelt. Also echt wirklich. Da die gepusht worden sind, treffen die auch hier mit vernünftiger Wahrscheinlichkeit. Ähm, die sind glaube ich... Haben wir noch einen Granateangriff hier irgendwo? Nein. In einer Runde ein Granateangriff. Klappkampfer-Support. Hm. So, den unter denen. Das sind die Nahkämpfer, das sind die Fernkämpfer. Wir machen hier die... Hier die Nahkämpfer. Klasse. Ah, es sind leider noch ein paar da. Das ist, weil wir nur die Dreier Reichweite hatten. So. Jetzt gehen wir mit ihm noch runter. Musik ist cool, ne? So, und er macht jetzt hier entweder Sprungmodul... Nee, nee, nee. Achso, um die noch zu killen, hier. Er hat noch einen Aktionspunkt. Ist doch zu spät. Geht jetzt nicht mehr. Ähm. Der schützte die anderen mit dem Aufseherturm hier auf... Falls die Nahkämpfer hier raufgerannt kommen aus einer Entfernung. Aus einem Feld Entfernung schützt er die anderen. Jetzt haben wir noch die Kollegen hier vorne. Also, das ist echt eine Schande hier mit innen. Es sind nur noch zwei. Und die sind fies. Ready to strike! Das ist noch kein fieses Gebiet. Das ist fieses Gebiet, das ist, glaube ich, keins, ne? Ist das so ein fieses? Nee, ich glaube, das ist noch keines. Das sind Nahkämpfer. Wir sollten eigentlich mit der Bolt, mit der Bolt... Faustet das machen. Trefferwahrscheinlichkeit 15%. Was ist denn los mit denen? Hat ja einen negativen Statuseffekt. Roter Durst. Ist Pose vergiftet. Alleine 30 Schaden gleich. Bedrängt. Minus 40% Distanzpräzision für Nicht-Pistolenwaffen. Ach, deshalb, ja. Und dann muss er ja das... Die Faust einsetzen. Er leidet dann ordentlich Schaden, aber ist egal. Ah, das ist... Heavy Feuer-Support! Er kann aus der Einheit... Hm, wie macht er das? Wenn die wegziehen, werden sie angegriffen. Die Intercessoren, aber die haben keine gute Reichweite. Das ist hier mit ihnen. Der hat eine Einleihreichweite. Direkt da daneben. Ist da eine Verschwendung irgendwie, aber wir machen es. Hallo? Hallo? Jetzt aktivieren. Warum geht das nicht? Er hat keine Aktionspunkte mehr. Ach, der hatte schon gezogen. Scheiße, der Sturmtrupp. Der Sturmtrupp hat kein Recht, zu leben! Jetzt haben wir diese kleinen Racker wenigstens beseitigt. Jetzt kann der aus Dreierentfernung auf den drauf. Oder auf die. Das macht sogar noch mehr Sinn. Massenschaden. Der kann aus Dreierentfernung auf die ballern. Ja. Und die sind futsch. Und die hier. Könnten wir aus Dreierentfernung angreifen. Sind die eventuell auch futsch. Das ist natürlich riskant. Die stehen dann hinter denen im Rücken, aber... Wir müssen halt offensiv. Das ist die perfekte Entfernung. Oh, ich will keinen Aufseherturm. Ich will... Feuer frei! So, und die sind jetzt futsch. Zwei bleiben übrig. Hier seien wir decken noch weitere auf. Das sind die Einzelnen, die noch mal feuern können. Die würde ich natürlich lieber da hinten einsetzen. Aber wir ziehen mal... Wir stellen die mal, weil die sollen... Die haben wenig... Doch, die haben 5 Rüstung. Hm. Hier hin. Und feuern aus der Entfernung. Ach, der hat auch keine Aktionspunkte mehr. Ich glaube, mehr können wir nicht machen, ne? Deine Ordnung. Eine Runde weiter. Vergiftet. Minus 30. Aber nur für einen von denen oder für alle. War mir nicht ganz klar. Ich glaube, jetzt sterben welche. Nein. Keiner von denen. Boah, hätten wir jetzt bloß unseren Bruder, der die heilt. So, die Freunde gehen aus zweier Entfernung, ne? Oder aus dreier. Einmal zweier mal dreier. Er könnte gleich heilen. Also die beiden noch ausschalten. Das muss doch möglich sein. Intercessorangriff aus der Entfernung. Komm. Schau über die Hände, Bruder. Zwei Futsch. Einer bleibt. Und er hat nur noch 46. Batteline Squad ready. Und es ist hohen Angriff aus drei Entfernung. Es kann nur die Verkaufs sein. Ja. Ja. Ein paar bleiben noch. Jetzt kann er sich drum kümmern. Hat immerhin zwei Aktionspunkte. Moment. Kann er um die herumziehen? Ja. Fernkämpfer. Der stellt sich hinter die. Ich glaube, die greifen ihn nicht an, weil es keine Nahkämpfer sind. Die mussten keine Kontrollzone haben. Der Tod ist unsere einzige Option. Er hat vier Bewegungspunkte. Jetzt sehen wir die Pistole. Nimm das, du Bestie! Ja! Sieg! Das haben wir geschafft. Sehr schön. Wir vereinen uns ein bisschen. Sieg. Ich habe ihn mit Pentasio geschehen, um die Zenos Pools zu westen der Flats. Wo ist der Sergeant? Er ist tot, mit seinen Mann. Sergeant Pentasio hat mich aus den Alien Pools mit den wenigen Progenoiden ich hatte, bevor seine eigene Hälfte wurde verletzt. Es war eine Schmerzung zwischen den Alien Towers. Schau mir. Ich gehe mir zu dem, wo du Pentasio verlassen hast, Priester. Du wirst unsere Brüder verletzt, obwohl du, was du denkst, lebst in diesen festen Pools.